Und herzlich willkommen zu dem neuen Spiel, das ist eine Demo, aber ne, Predator und Leon und der Niklas sind dabei. Und falls ihr eine PS4 im Hintergrund hört, ich lebe auf dem Flughafen. Jo, meine ist gerade auch am Abheben. Meine nicht, meine ist gut. Ha! Ich hebe ab! Digga, dieses Geräusch, was der Predator auch immer macht, dieses... Ist schon geil eigentlich. Er hört sich das jeden Abend an und keult sich drauf ein. Zum Einschlafen, zum Einschlafen mache ich das, dann kann ich das erst mal machen. Schweizer Muschi! Schweizer Muschi! Schweizer Gäse! Schweizer Gäse! Schweizer Gäse! Ich bin ne Predator! Also ich hab da das Glück, dass ich einfach nie bin. Er war noch nie einfach, Digga, man kennt ihn. Aha! Ja! Ich glaub, diesmal mache ich nicht so ernst und gehe nicht direkt auf euch. Ich warte einfach ein bisschen. Weißt du weh? Ich muss ein bisschen Mindgames spielen. Das ist immer lustig. Ja! Erstmal Spielermain! Do it! Hehehe! Digga, wie sich einfach die Heilung vom Predator nennt. Erste-Hilfe-Kasten. Jawoll! Jawoll! Der End ist so'n Mörder, so ne? Und dann... Äh... So'n fucking außerirdisch. Erste-Hilfe-Kasten. Das sollte den feindlichen Operationen für die Vorherse... Was? Woher einer ist rausgegangen? Ja geil! Ja, es beginnt in 10 Sekunden. 7... 6... 5... 4... 3... 1... 1... 5-0-4- So froh wird das für euch glaube ich gar nicht. Groß-Koronias! Komm wir sind jetzt bei Indiana Jones! Groß-Koronias! Groß-Koronias! Wir sind wieder hier! Ich hab' nicht Dreadlocks, sondern Predlocks! Menschlich gesehen ziemlich abstoßen! Ich fand die Stille doch noch besser! Ich bin der einzig gefährliche zwischen uns! Wo müssen wir denn? Das Gorilla! Fluss-Lager! Fluss-Lager! Habe ich gar nicht gesagt, was für witzst du! Ich weiß nicht, wo wir sind, Alter! Ich weiß nicht, ich kann die Maps nicht aushalten! Scheiße! Ich bin der da einfach zwei in der Neifetz geschluckt! Lass mal... Lass mal wirklich ein bisschen! Lass doch auf Stails gehen, ihr Idioten! Stails! Ging auf Stails! Lass mal wirklich ein bisschen! Lass uns doch in die Scheiße machen! Er ist in der Nähe, ich höre ihn. Ich höre ihn auch. Uuuuh. Nee, Leon. Doch. Oh, hier ist nochmal fettes Cash. Auch noch mit. Cash. Bitte hör auf an den Bäumen da oben. Oh Gott. Das ist ein Mädchen. Wir brauchen was mit Power um die Ausfahrt zu durchbrechen. Ich höre dich, geh weg. Ich höre auch, dass du dich auf Schildes. Oben. Seht aus, als hätte sich die Situation verschärft. Bleibt in Bewegung. Und trennt euch nicht. Komm mir nicht zu nah, du kleiner Besser. Ich habe einen Glückstreffer gelandet bei ihm. Über einen oder anderen Glückstreffer bei ihm gelandet schon. Ihnen wird besser. Sprengstoff finden. Jawoll. Erstmal hier. Ah, leer. Und das Mechel, Ruhe. Ab ihn. Der Speckstoff ist perfekt. Ladung anbringen und Timer einstellen. Der wurde niedergeschlitzt. Ich weiß, dass er jetzt. Geh über mir weg, ich höre dich. Bin ich taub. Der ist hier oben. Stamm. Ah! Der ist hier unten. Hab ihn nicht gesehen. Bei dir. Ein paar fette Shotgun-Hits hat er willkommen. Er macht sich. Sichtbar? Ne, unsichtbar. Danke. Ja, ja, ja. Das ist ein Schwein. Bringt mir das Schwein. Bringt mir das Schwein. Bringt mir das. Also mal hier ein bisschen rumsammeln. Ich bin gesudet. Und sie auch auf was auch immer sie da gerade tun. Ich hab den da hinten irgendwo gesehen. Warte, ja. Ich wollte uns die Maid wiederholen. Lass uns die Maid wiederholen. Ich seh ihn auch. Oh. Aua. Ich hab gar kein Recht auf das. New bist du. Das war großes Aua, ne? Piss dich. Das ist sauer. Das ist groß sauer gerade. Aua! Ja, wagen es nicht. Er ist hier irgendwo. Ich hab da so das Gefühl, dass er irgendwie auf dem Baum rumklettert. Ja, er hat gerade auf dem Baum kam. Ich hab hier First Aid Kits bei mir. Oder Paused. Hm? Ey, der Wix hat's kaputt gemacht. Der hat das First Aid Kit kaputt gemacht. Der Arsch. Ich seh ihn da hinten rum springen. Ah, da klettert er hoch. Sonst komm mal mit, ich hab ne Idee, was wir machen. Hängt uns richtig am Arsch, das höre ich. Ja, ich höre auch so'n... Was? Wo bist du? Äh, verpiss dich! Was? Ich könnte... ich... Da ist Feu... Da war Feuer, was willst du? Hab ich nicht gesehen. Lass mich in Ruhe! Du Wichser! Hehehehehehehehe! Der Letzte! Hehehehe! Lecker! Und ich bin noch feier, Alter, ja moin! Ja! Ich hab gewonnen, Leute! So, Leute, das war's! Mit dieser... Mit dieser... Runde... Oder... Ich glaube, wir... Machen hier noch ne Runde durch. Hier hängt da noch eine Runde, Run! So mach ich das jetzt nicht so... Also, ich... Werner, die Aufrufen haben wir jetzt nicht! Hehehehe! Da hab ich euch aber gegessen! Hehehehe! Ich hab euch gegessen, Leute! Ich hab euch gegessen! Hehehehe! Lecker! Ich hab Niklas Dickschädel rausgerissen! Hehehehe! Ah! 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 Funny! Das Spiel macht aber voll Bock eigentlich, Digga! Ja, ich glaube, das einzige Problem hätte ich ein bisschen mit der... mit der... Performance! Mit der Steuer-Wrung! Ja, das ist so... Be... Sprachenlernen Bubble! Gewöhnungsgedürftig, ne? Gewöhnungsgedürftig, genau! Hey, begönigsbedürftig! Begönigs! Begöniggedürfnis! Können wir gleich... Weiterstahl... Weitermachen, weil ich... Ja, wir können gleich weitermachen! Ich muss nur eben kurz die Koffer aufmachen! So, drei Duplikate drauf! Schmiere! Was bekomme ich hier? Oh! Moos! Ja! Neuer... Hautings! Ja! Moor! Geil! Irgendwas... Let's go! What if... Aussehen! Ich starte die Suche schonmal! Mach was du willst! Boah, hier ist mein ne... Munitionstasche mitnehmen, ne? Ja, ne... Ja, ne... Ja, ne... Ja, ne... Alleine! Boah, die sieht man halt jetzt nicht, deswegen macht das keinen Sinn! Digga, wenn ich wirklich gleich nochmal Predator, wenn ich hab was richtig geiles, um euch abzufacken, ich schwöre... Warte... Das wird so lustig... Glaub ich spiel jetzt mal auf... Wilder... Ich glaub ich mach nochmal... Ey, du Wichser! Ich bin nicht fertig geworden! Ja, ne... Seh ich aus wie der Normie... Hast du mich jetzt... Ich bin nicht fertig geworden denn? Du bist ein Simp! Hoffentlich bin ich jetzt Predator und... Nutz euch die Eier weg, Alter! Luke, wir ballern ihm Schrot in die Fotze! Ich trenne euch! Bin ich dabei! Bin ich dabei! Luke, so bin ich dabei! Ich bin eh nicht Predator! Na, bist du wieder Predator? Normalerweise kümmern wir uns nicht um Rauschnetz, aber wir haben besagt... Das kann doch nicht wahr sein! Jörg, so lustig! Ich schwöre... Guck mal, ich seh jetzt gleich aus wie der größte Oberallmann, Alter! Guck mal! Guck mal! Sie sollen Informationen über diese Rezepturen sammeln... Und sie danach... Mal wieder zu Bau... Ich... 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 NICHT! U.. Na, Luke, wir müssen diesmal hin, willst du es vielleichtygen! Fürs. Äh... Vom Drogenlager gehen wir! Oah! Ich zeig nicht schon welches! Ich willkommen nicht zum Drogenlager! Das ist ein Deprival Ich habe jetzt einen Munitionshash mit Das ist schon mal gut Lass mal wirklich so leise wie möglich alle hier jetzt killen Was? Ich höre Lea und schon, Alter Das nehmen mich hier ein bisschen durch die Gegend Nach mir und Zigaretten, Pillen und äh... Hast du es gehört jetzt? Ja Moment Das ist gut zu sehen, was denn rum Hier drauf, ich möchte mal gucken, was hier drauf ist Na mal die Fresse, Scheiß Ich will mal die Schweine abstechen Ja, das Schwein gehört Jetzt kannst du es aber nicht mehr benutzen Ihr habt gerade gehört? Ah, verpiss ich Er ist genau über mir Ich höre ihn Er ist an meinem Arsch Stellt dort alles auf den Kopf Ich will jedes Rezept, das sie haben Wir dürfen nichts zurücklassen Hey, hier drüben Löse Alarm aus Geht dir netto Wollte einfach nicht sterben, der Typ Wild Ich höre ihn Das waren alle Ab jetzt die Profis, Leute Keine Anfängerfehler mehr Wo bist du, Lärm? Ich höre nur dieses Gestampfe, Junge Ja, das höre ich auch Das ist schon zu Und ich weiß sogar, glaube ich, ca. wo er ist Ja, also ich Er müsste eigentlich genau In meiner Fresse sein, Alter Hör auf zu heulen Und verabste dich Warum bist du da oben? Wie fuck, Alter Er ist unten auf jeden Fall Die Geräusche kommen aus jeder Gegend Du hast so einen scheiß Täusch-Wichser reingeknallt Knall du Aber du bist wirklich Jetzt weiß ich, dass du genau bei mir bist Oh nee Willst du mich verarschen? Oh fuck, du sieht gleich schwach aus Oh nee Help me Help me Me Ich konnte irgendwas parieren Aber ich hab's nicht ganz verstanden Du kannst, wenn der dich angreifst Kannst du das auch parieren anscheinend Oh, das war knapp Hilfe, ich bin fast gestorben Hilfe Keine Ahnung, wer das hier ist Ja, das ist der Renner-Kombus-Tuber Klappe, wir haben keine Zeit zum Bluten Er heilt sich da oben Oh nee, hat sich uns nicht mal gemacht Ja, ich hab das gehört Ich bin nicht taub Und die Rezeptur, können wir die vielleicht mal finden jetzt? Dein Blut Ja, das ist auf jeden Ich glaube, er hat wieder so ein Ding geschmissen Ja, da Luke, ich seh dich auch Willst du dich nicht vielleicht verstecken? Ne Eins gegen eins Eins gegen eins Gerne Ich glaub, das gewinne ich Ich glaub das auch Junge, können wir die scheiß Rezeptur mal finden, Alter Die kann doch nicht so schlecht Ach, der lebt mich Wirklich, wir sind die Tja, wo ist die scheiße? Ich hab so'n Sensor gefunden Was macht ihr da, Feuerteam? Wir haben eine Mission zu erledigen Oh, der springt da rum Da ist ein Schwein Hallo Schwein Hallo Kann der Maid mal auf die schießen, anstatt dich wieder zu beleben Oh, aua Digga, anstatt dass er auf deinen Rücken schießt, er belebt ihn erstmal wieder Cool Ist doch viel schlauer gewesen Ist er? Nett Ey, wir finden die Kacke wirklich nicht, wir sind glaub ich viel zu lost, oder? Kann das sein? Oh, ja Oh, hier wird irgendwo sein, oder? Wo ist denn die? Ich stampf da schon wieder rum, der Wärter, ja Was ist jetzt eigentlich bei dir kaputt gegangen? Ihr habt meine Biomaske kaputt gemacht, ihr Wichser Hier ist was Hast du's? Eine von Nein Wie sah die Scheiße aus, Alter? Ah, ich hab glaub ich auch eine Das zieht Aus wie so'n Klemmenbrett Ich hab's auch Echt fucking Uuuuuh, von mir Oh, ich hau lieber ab, Alter Ich muss weg Ich muss weg Ich muss weg Ich muss weg AAAAAAA Ich hab nix zum heilen Da ist ein Terminal in der Nähe Verschafft mir Zugriff, damit ich alles aus ihrem Netzwerk löschen kann Habt ihr mein schönes Gesicht gesehen? Aua Wie viel schluckst du? Also macht euch auf Feindfunk abgemacht Oder hast du dich grade geheilt Alter, ich würde mich ja gerne heilen, aber Er hat sieben Wahrscheinlich hast du sieben Prozent Ja, ich hab nur sieben Prozent Ich müsste kurz eben auf Schweine jagen Ey, wahrscheinlich hast du das mit sieben Prozent überlebt Ich glaub ein Schuss oder zwei Schuss, wenn mir das gut geht Ich hab zwei Leben Ja Ich hab zwei Leben Digga, mir fällt jetzt erst auf, der Predator ist richtig schwach, übrigens Ohne seine Bio-Maske Macht Sinn Ja, mach mal die Aufgabe, sonst schnell fertig Äh Ich hatte zwei Leben, Alter Ich hab's gesehen, aber es sah so dumm aus, wie du einfach umgefallen bist Einfach Herzinfarkt bekommen Ohne Fack, Alter, unser Maid würdest du euch nicht fangen Nee, das krieg ich ja nicht hin Ah doch, das muss ich ja überleben Sonst wird mal Verstärkung holt Schade Versuch sonst mal die Verstärkung zu bekommen, oder so Da bist du ja Ich glaube das waren alle, ab jetzt wie Profis Leute Jetzt du musst glaub ich hacken Jetzt müsst ihr glaub ich hacken Boah, ne Ich hab's nicht geschafft meine Bombe zu aktivieren, ihr müsst mich nicht nennen Achso, das muss man schaffen, so Ja, da muss man viel gedrückt haben Ja, also, aber man kann die entschärfen, soweit ich das gesehen habe Ja, ich hab's erst nicht verstanden, wie es funktioniert, aber dann Feindliche Interferenz am primären Ziel Jo, warum ruft ihr Verstärkung, ich bin doch gestorben Ja, ich werde dadurch wiederbelebt Ja, aber müsste ja nicht Egal Die müssen deinen Leichnamen verteidigen I am dead I am the dead guy Ich brauche auf jeden Fall mal Heilung Also, ich muss auf Clill Ich komm gleich wieder Äh, und ich muss auch erst Ah, Alter, was denn noch Ich kümmere mich drauf Ich hab' ihn erwischt Hab' ihn erwischt Ich bin aufgelivellt, endlich Jo Ich hab' ihn getötet, jawoll Ja Ja Ich wurde hops genommen Oh, die Schnauze Was, ich bin nicht Predator Nein, ich bin nicht Predator Ja Aber Niklas, mein Magger ist übrigens Der sieht so wild aus Wasserfall Waterfall Sie aus Und zieht euch dann schnellstens wieder zurück Meinerseits Wasserfall Schweine 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 Ich hab' noch schön fettes Stück Pizza jetzt, Alter Das müssen wir auch machen In einer halben Stunde ess' ich Lasagne Nach der Runde Okay Ja Du wirst ihn lieben, mein Magger Sohn' Brille auf, Junge Welcher bist du da vorne? Abgewählt Viel Erfolg Der Mütter, Käppi Warte, ich zeig dir gleich, welcher ich bin Ich bin der mit dem Helm und der Skibrille Warte, ich weiß, wo ist er Voodoo 1, läuft hier Hier bin ich Begebt euch für die folgenden Koordinaten Schon wieder zum Ich bin, sieht schon wild aus eigentlich unsere beiden Charaktere Ja, wir sollen die Aufgaben überwachen Ich will da hochklettern Ich hab' noch ein dunkleres Outfit Ach ja, natürlich gibt's hier Fallschaden Ja, ich hab' jetzt ein dunkleres Outfit wegen Speer Speer ist heftig Hä? Speer? Ja Ich dachte, ich darf den nicht spielen Ja, ab Level 11 Ja Ey, lass mal das Sneak hier reingehen Wech mir dir Okay, Niklas hat grad schon Ich hab' noch Ne, no, nur Swag hat so viel Schaden gekriegt Das war das Ich hab' ne neue Waffe Ich hab' die Spaß Digga, unser Mate hat so viel nicht leben Ich hör' den Predator übrigens noch nicht Nein, nein, nein Nein Ich hör' den Er ist hier? Der hat's eigentlich grad unsichtbar gemacht Chemie-Fässer suchen Okay Ja, er hat auf mich gezielt Äh.. hier oben irgendwo im Baum Ja, ich sehe ihn. Er ist hier genau auf dem Baum, wo ich markiert habe. Er springt weiter. Er geht zurück. Er ist vorne gesprungen. Er springt da hinten. Ist hier irgendwo eine Munitionskiste? Ich brauche Munition. Die Drohnen haben Feinde gesichtet, die unterwegs sind. Sie haben sich für gemacht? Ja, genau, hier bei uns. Der stampft. Boah, der stampft dich laut rum. Entweder ist das ein Audio-Köder, den ich benutzt habe, oder der Mager gar nicht hier. Der ist hier! Er ist neben mir! Oh, das macht dich für unsichtbar. Ich werde wahrscheinlich gleich auf den Berg gehen. Ich finde das so kacke, dass du die Granaten nicht auf dem Shot kratzt. Wenn du eins rauskam musst. Hier drüben, Leute! Oh, da ist ein Mediket. Ich muss aufpassen, dass da dieses Fass nicht in die Luft hat. Hier ist ein Mediket. Irgendwer denn? Da, ich sehe ihn. Wo ist er? Er ist, äh... Er spieg hier rum auf dem neuen Meter. Er visiert. Aua. Wo ist er? Da oben! Wir schicken. Ich drüben! Wir schicken! Ich drüben! Ich drüben! Ich drüben! Ich drüben! Wie viele von diesen Typen gibt es? hab ich ein paar mal getroffen ich treffe gerade nicht da hinten also der spielt das wahrscheinlich auch schon seit ein paar stunden aber sie dürfen es nicht behalten die techniker haben sich ein neutralisierungsgewicht überlegt die einkaufsliste schicken wir euch gerade die techniker meinen dass wir die bestandteile in den analysator geben können der hat glaube ich ein bisschen viel ich bin tot Ich bin tot, alter. Aua. Ich bin tot. Kabilisieren war wohl relativ ausgedrängt. Hey. Der Stoff ist also nach dem Weg. Ich hab mich ausgedrängt. Und das alles besser in die Luft jagen. Er schießt um ihn. Der kleine Dixer. Da drüben ist jemand. Danke. Er hat sich unsichtbar gemacht. Okay, er zieht auf mich. Ich muss mich heilen. Oh geil. Ich bin schon auf die. Das war's. Ihr habt euch euren Feierabend verdient. Kommt nach Hause. Er verfolgt uns auf jeden Fall. Der, der da am angeschlagssten ist, ist Luke. Den benutzen wir als Bait, als Köder. Er hat Munitionsfaschen dabei. Digga, warum bin ich eigentlich immer Alpha? War vorher noch. Unser Alpha Wutu halt. Mag er was. Durchhaltefeuerteam. Bin unterwegs durch. Freunde versuchen zu fliehen. Haltet sie auf. Nehmt euch Muni. Pass auf den Predator auf. Geht bald ein. Geht bald ein. Ich habe irgendwas gehört. Er ist hier. Links von uns. Links von uns. Genau hier. Wer ist gleich tot? Ich bin auch gleich tot. Aha. Ich habe noch 30 Leben. Hab ihn. Glaub ich. Nein, nein, nein. Er darf noch weiter rennen. Das ist so ein Feature. Er ist da, er ist da, er ist da. Abzürschen. Ich muss auf jeden Fall weg. Ganz fix. Ich bin froh, dass ihr alle überlebt habt. Verdammt. Ich bin froh, dass ihr alle überlebt habt. Verdammt. Verdammt. Ich bin froh, dass ihr alle überlebt habt. Ich bin froh, dass ihr alle überlebt habt. Jetzt habe ich ihn falsch heute. Ich bin schwer. Ich habe den schon. Nur ich... Diebber. Ja. 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 Ich bin froh, das ist ein Feature. Untertitelung des ZDF für funk, 2017